Lass mich raten, ich kenne doch diesen Blick. Ach ja? Ja. Das debile Grinsen und der schlicht entrückte Gesichtsausdruck. Hey, wenn du frech wusst, schicke ich dich als Baum schon wieder auf die Straße. Los, sag schon. Hast du Schmetterling im Bauch? Den ganzen Schmetterlingsschwan. Ich wusste es doch. Charlie? Nein. Na dann? Los, sag schon. Na gut, es ist Carla. Was? Wie weit sind Sie? Sieht nicht aus, als wären Sie vorangekommen. Ah, das täuscht. Ich bin so gut wie fertig. Ich habe Frau Mann gerade nur nach einigen Details befragt. Und ja, die waren sehr aufschlussreich. Frau Mann, ich muss mit Ihnen sprechen. Unter vier Augen. Natürlich, Gräfin. Natürlich, Gräfin. Nichts. Entschuldigung. Ja, jetzt bin ich. Entschuldigung. Vielen Dank.